Dominika, kannst du mir doch ein bisschen helfen? Das geht jetzt nicht, ich bin gerade mit meinen Fingernägen beschäftigt, ich will halt auch schön aussehen, wenn bei dir das kommt. Aber, weißt du was? Ich habe mir gedacht, du bist so eine begabte Künstlerin und vielleicht könntest du so eine Schinken-Käseplatte so super mit den Farben zurechtkriegen. So meinst du das? Eccoti qua, ich war dich dauernd. Ich bin hier, weil ich die Worte von Papa habe. Sei bereit, wir müssen jetzt gehen. Entschuldigen Sie, dass ich hier zum Platz rein habe, aber Lilly hat nichts für Ballett. Kein Problem, Francesca. Das ist Frau Wiegand, die neue Rektorin der Schule. Francesca, Lillys Kindermädchen. Freut mich. Mich auch. Komm, Lilly. Auf Wiedersehen. Ciao, ihr beiden. Jeder weiß, dass Papa dich fickt. Aber was keiner weiß, ich sehe, es dir gefällt. Es gefällt dir, ha? Es gefällt dir richtig. Es gefällt dir. Es gefällt dir. Es gefällt dir. Es gefällt dir. Los, ich pisse euch an. Mach die Morda auf. Los, ich pisse euch an. Metal, ich pisse euch an. Obstraszig, die jeweils an... Lea. Wir investigationànhast.